hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge unholy kingdom kingdom genau nein noch mal von vorne ja es war so schön nein hier unholy kingdom natürlich so mit chibi goro bei unholy kingdom und maxi mcfly ja und zwar der punkt ist das ist eine der letzten folgen nicht wahr dabei wird uns noch schwerter verbessern habe ich schon ich werde mich drum kümmern ich werde ihn mit meiner gießkanne bespritzen warte mal max und zieh mal deine rüstung aus okay wir müssen mal zieh dich aus max bist du bereit es geht ja noch okay sie sind vielleicht auch noch nicht ganz gut ich habe mir mehr erhofft von hier so gut die schwerter wir brauchen aber noch bögen für jeden haben wir doch schon also ich habe einen bogen genau wir brauchen aber noch eine und wir müssen die bögen verzaubern bei mir ich habe meine die rüstung auf stärke aber gerade sagen einfach irgendwo rein ich habe keine lust das zu sortieren tv du hast eingegriffen wie ein ballrock der ballrock heißt gorubai so da holen wir nachher noch die tränke und jede menge pfeile brauchen wir das heißt ihr müsst hühnchen schlachten und federn sammeln und flint haben wir glaube ich noch einiges hühnchen schlachter also was brauchen wir nicht schlachten was noch ich bin bei den hühnchen leute ich habe flint aber ich habe den 60 flint das ist vielleicht nicht genug alle regnet es bei dir ja anna hat die klospülung angemacht die klingt bei mir so angenehm so sticks sollten ja wohl nicht das problem sein so gp ist jetzt mal unsere pfeilbeauftragte wo bist du denn kann man den mit feuer hier haben wir flint und ein paar fehler nicht glaube ich nachdem am besten produziert sie auch gleich neu ich habe schon hühnchen geschlachtet ja schon federn tatsache ermordet hier ununterbrochen dann macht ihr mal die fehler ich glaube aus euren häusern die bögen und ich habe schon ja der ist aber nicht verzaubert doch wurde doch meine auch eure bögen sind schon verzaubert vorbereitet sind hühnchen schlachten bereit ja ich bin bereit bereit was mehr 20 28 ja es wirklich nicht so viele gewesen aber es sind alles die erwachsende hühnchen gewesen ich habe fünf pfeile das sollte reichen ich habe fünf pfeile ja das sind fünf pfeile ja jetzt geht es nur darum unlimited auf dem bogen zu bekommen also weil ich glaube wir haben nicht genug erfahrung beziehungsweise wir müssen ja nur noch meinen bogen verzaubern eigentlich ja mein bogen brauche das so gut alle mit aber es bringt auch nichts an die jetzt mit ganz hohem level verzauberst weil wenn du jetzt nachher gut auf meinem ist hau power 2 das ist halt ganz okay im prinzip ist es aber das beste wenn du ein buch verzauberst ja haben wir bücher haben wir gerade bücher hier rumliegen irgendwo wir können natürlich auch noch die ganzen pläst pläst potions noch mal mitnehmen auch scheiße und es fehlt ein string aber wir können aus der baumwolle strings machen ich müsste auch noch springen bei mir ich kann einfach meinen ausziehen dann ist es auch okay das passt auch danke hühnchen schlachten wobei dein string reicht doch um ein ganzes zelt statt auf um einen elefanten abzuschießen sehr eng gespannt meinst du so kann ich dich eigentlich mit meinem safari netz fangen alle bücher bücher wir brauchen mehr bücher ja nice dann habe ich habe meine level wieder oben abgegeben okay viele waren es 14 dann kann ich mir noch ein paar klauen hühnchen schlachten ich glaube ich habe mich gerade mit 30 rum und du meintest es ist nicht ich weiß nicht du kannst mit 30 verzaubern aber ob das ja mach aber ich frage mich auch ob man nicht wirklich leider auch die rüstung verzaubern soll das würde ich an deiner stelle eher machen ich habe die rüstung schon verzaubern hast du dich noch nicht verzaubern aber unlimited auf bogen ist natürlich geil ja aber du kannst dir unlimited halt nicht aussuchen naja aber es könnte passieren es könnte passieren ja es könnte dir auch ein stein auf den kopf haben was ist denn da los man ist das hagel oder regen regen warte ich mach mal das fenster zu ach ach da ist ein dachfenster auf du vogel ich will das für euch beruhigen ich auch aber nicht wenn das wenn es meine aufnahme ist da ist auch jetzt auch nicht okay leute ich habe auch die schafe dezimiert jetzt ist deine verantwortung was für eine verzauberung kommt ach so blame explosive punch ist auch nicht schlecht jetzt führen wir nur noch feile hier wiederholtest ganz viele feile habe ich gehört ja ich brauche auch noch feile also halt auch noch welche für mich bereit nicht nur für den blöden ich habe explosions feile ich möchte das gerne mal testen ich habe kühe getötet ich habe fast unsere tiere alle geschlachtet richtung alter man das war ein explosions feil zu schießen normal ich komme mir jetzt so ich war nicht mehr konzentriert zu machen dass sie explodieren hat noch jemand level die er mir geben kann zum verzaubern 3 habe ich noch was ist das höchste 30 oder 3 plus 3 sind 6 weiß ich würde ich aber nicht machen wie oft soll ich das denn noch sagen ja du willst dass ich ein buch verzauber oder nicht nein am besten nicht aber irgendwann ich mache jetzt einfach so viel nicht kann 14 ist jetzt das höchste und power 2 ist doch das was go auch hat oder das ist das was ich auch haben ja dann bin ich ja cool ah die explodieren sachen die russen kommen so wir brauchen das schwert ist in der kiste ne ja ich glaube das müssen wir auch nehmen hast du alle rapiere jetzt verzaubert gleichmäßig die sind nicht verzaubert die sind geschmiedet aber ich könnte noch was anderes machen oha erzähl was könntest du sagen ja gut es wäre halt es wäre halt auch riskant wir halt auch für die gescheete halt noch mehr geteete das ist das mega vorbereitung jetzt und wir überleben nicht mal eine minute bei diesem kampf das ist es halt also das sehen wir dann dann ist wenn es so ist dann will der wiser gerade so soll ich dann noch mal schieten oder nicht in einem anderen projekt haben wir auch haben ja du kannst die rapiere noch mal doppelt so stark machen also dann ziehen sie halt 24 ab dafür brauche ich halt nether star wie viel wie viel hat denn also jetzt gerade aber 12 der wiser ja 250 oder so ja dann ist das ja voll immer wenn wir 25 schadenschwerter haben oder hat er 2500 das ist ja egal federn habe ich sogar noch hier hey koro ich bin mir gerade hey maxi wither leben das ist bestimmt kein normaler wither hier allerdings er besitzt 100 also 50 herzen gar nichts nicht so viel eigentlich was machen wir uns eigentlich sorgen ich weiß auch nicht warum goro so panik das ist bestimmt voll easy peasy wir sind zu viert und schießen da auf den drauf jeder schießt einmal ein pfeil und bringt ihn um auf was für einem auf was für einem schwierigkeitsgrad spielen wir denn auf normal oder hart normal warte mal halt ist doch anders hat er hat er hat 150 herzen sorry auf hart spielen wir fahrt ja aber ich kann das umschalten also wahrscheinlich dass auf dem server ist normal eigentlich jeder hat 79 pfeiler reicht das das reicht wenn er wenn wir wenn wir auf hart spielen macht der wiser nämlich zwölf schaden pro schlag mit diamant rüstung abgezogen ich glaube nicht dass er dass er dass wir auf hart spielen dann macht er nur acht okay wo bist du plus explosions schaden aber warte mal wir haben explosions schaden aus ne stimmt der kann ja gar nichts kaputt machen es wäre ja schön wenn wir das an hätten ja das kann ich aber glaube ich nicht über die kann ich dass über die konsole ein erscheinen doch doch weißt du noch wie das ging google ist dein freund wie wie kannst du mir die pfeile geben okay sehr gut so ich werde euch jetzt noch potions bereitstellen ja die potion of strength habe ich ja ich werde das schön sortieren in der kiste damit ihr dann seht was für euch gedacht ist ein normaler creeper macht drei explosions schaden quasi also eine explosion der stärke drei ein wither bei seiner entstehung an der explosion von stärke sieben bei der entstehung das heißt wir sollten uns bei der entstehung schon mal ein bisschen fern halten und von außen und der explosions radios ist zwölf meter bei einer woher der entstehung wenn jetzt wieder kam es noch ein bisschen melonen laschen melonen laschen ich finde die controls gerade nicht so healing swiftness so ich habe euch das jetzt reingelegt in die kiste von dem slash potion of weakness haben wir leider nur drei das heißt einer kriegt keinen ihr könnt euch da von oben nach unten eine reihe rausnehmen und lest euch noch kurz durch was das ist weil das eine ist für euch zum zum nehmen swiftness und und strength und healing natürlich wenn ihr erst für eine verletzt seid und die weakness slowness und so die werfen die in der wither kiste von oben nach unten einmal rausnehmen oder was ja genau alles genommen viele posten okay darf ich dich einmal mit dem pfeil abschießen ich habe meine alte rüssel noch an ich habe meine alte rüssel Meinst du, der Wither kann brennen? Weiß ich nicht, lass uns jetzt testen. Okay, das machen wir doch erst in der nächsten Folge, oder? Ist nächste Folge schon die letzte Folge? Ja, dann können wir den Wither beschwören. Oh mein Gott, wir weinen alle ganz hart. Wir haben jetzt 14 Minuten, sollen wir nicht direkt denn? Willste? Direkt beenden, meint er. Nee, ich würd schon nochmal Cliffhanger jetzt. Er meint direkt beenden! Ich meinte direkt den Wither jetzt machen. Nein, er meinte direkt beenden. Oh nein, komm, lass doch einen machen. Sollen wir den Altar noch bauen? Das können wir machen. Und dann in der nächsten Folge den Wither bekämpfen. Verschwendet die guten Pfeile nicht, Freunde. Die brauchen wir noch. Ja, aber ohne Witz, ey. Wer weiß, wie lange wir gegen den Wither kämpfen müssen. Ohne Witz, ey. Zwei Minuten. Ich hab mir ganz viel Liebe gemacht und so. Ich hab mir auch extra ein bisschen Essen eingepackt. Ja, Picknick dann. Picknick dann, wenn ihr den Wither bekämpft. Wo sollen wir den Wither denn spawnen lassen? Ja, ich würd den dann da oben auf dem Berg nehmen. Direkt hier auf dem Marktplatz? Achso, ihr habt dir so einen Schaden schon wieder angemacht? Nee, kann ich nicht einmachen. Wieso? Musst du machen, glaub ich. Ja, dann sag mir, was ich eingeben muss. Dann machen wir jetzt einen Cut und machen dann die letzten Vorbereitungen plus Kampf in der nächsten Folge. Sobald du den Kopf drauf setzt, dann spawnt er doch, oder nicht? Genau, dann spawnt er. Ja, aber lass uns das doch oben auf dem Berg machen. Na, lass doch oben. Haben wir nicht gesagt, der Stadt ist viel cooler? Ja, das wird... Ja, na gut. Okay. Wir müssen den oben auf dem Dings spawnen lassen. Beim Altar? Genau. Okay, dann machen wir's da. Bis zum nächsten Folge, Leute. Tschüss. Tschüss.